Es ist nicht den Blut, den du gepostet hattest im Discord? Das ist eine, was? Handelsstation. Der hängt ein bisschen schief. Jupp. Was haben wir denn hier? Eis, Gold. Was möchte er? Hm. Was haben wir hier? Kommt man hier rein? Ne. Der hängt ein bisschen schiefer. Kommt man da rein? Nö. Warte. Boah. Der will Erz haben. Aber das ist jetzt auch nicht so dolle. Hm. Oh, Platin wäre nicht schlecht. Warte mal gucken. Der macht komische Geräusche. Kann man den hier reparieren? Guck mal, der wurde von der Drohne anscheinend angegriffen. Wie ist das? Ich hole mich nochmal das Wichtigste hier. Hey, ich drück gar nicht. Hallo. Der hat sich gerade selbstständig gemacht. Machen wir das hier mit. Was haben wir denn denn hier noch? Oh, guck mal, ein bisschen Geld. Ja, ist jetzt nichts mehr. Wir sind jetzt dran, oder? Das haben wir schon. Nee, den lassen wir. Sonst erschießt er mich hier noch. Aber ansonsten ist jetzt hier nichts mehr. Alter, verfallter. Schon krass aus. Zugriff verweigert. War doch irgendwo eine Tür. Kann man da rein? Nee, auch nicht. Komm hier rein? Nö. Hm. Was kann man sich denn hier noch so angucken? Mal ein bisschen Ideen holen, ne? So, wenn ich da runterspringe, wird ich verbrannt. Oh! Eine Brücke. Wasserstoffmotoren, okay. Kenn ich gar nicht. Hab ich noch nie gesehen. Na ja, schön. Gut. Äh. Wieder raus. Das ist mir hier zu schräg. Du wirst ja besoffen bald. Guck mal nicht raus. Ist das eine Scheibe? Nee. Ja. Wir machen mal durch hier. Oh, was ist denn das da? Den nehmen wir auch natürlich noch mit. Die Thruster Component. Mehr ist nicht. Oh, das wollte ich nicht. Mehr ist hier nicht so. Dann kann der Rest weg. Kommen wir hier. Oder hat er hier... Ah, guck mal. Hier hinten ist auch noch irgendwas. Können wir den hier wieder reparieren? Bin nur so nett. Eine kaputte Batterie. Schiff. Kommando Zentrale. Schick, schick. Der dampft. Äh. So. Gucken wir uns den da mal an. Ach ne. Der ist zu weit. Der ist schon wieder zu weit draußen. Na gut. Fliehen wir wieder zurück. Ich bin ein bisschen verletzt, würde ich sagen, ne? Da muss ich hin. Wo will ich denn hin? Ich muss mal gleich die Farbe ändern. Der ruckelt gleich gerade. Ich sitze hier schon wieder wie so ein Schlumpf, ey. Ich mach mal ein bisschen andere Musik hier an. Gut. So, der bohrt hier gerade gar nichts mehr. Doch, jetzt wieder? Oh, der ist auch schon tausendmal rum. Jetzt wieder. Wollen wir eigentlich mal wieder ein bisschen absenken? Und stopp. Oh. Oh, werde ich mal was trinken? Oh, die Musik ist aber, schließt sie ein. Nächster, bitte. So. Guti. Weiter geht's. Äh, wir machen jetzt. Äh, was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, ich mach das Dach. Ne, ich mach erstmal hier die Schreim rein. Beziehungsweise erstmal hier die Blöcke. So. Verschwindet eigentlich auch der da oben wieder oder bleiben die da die ganze Zeit? Ne, verschwindet irgendwann wieder, oder? So, das kann da rein. Ach, 8000. So. So. Sauerstofffläche. Brauche ich aktuell nicht. Machen wir das hier mal so rein. und ziehen uns mal ein bisschen Stahl raus. Guti. Ich muss ja noch ein bisschen die Zeit genießen, ne? Mit euch, bevor ich wieder auf Tour gehe. Laut Plan ist es erst ab dem 22. Aber man weiß ja nie, was so kommt. So, was hatten wir? Einmal, die Einmalzwei hatten wir. Äh, da brauchen wir wieder Material. Die Fensterrahmen farblich wäre ich... Ach, aber was ist denn das jetzt hier? Na, komm. Ja, voila. Da wollte ich es natürlich nicht haben. Was mir so ein bisschen fehlt in dem Spiel, es ist ja nur ein Spiel, dass man sagt, okay, ich habe jetzt den hier, will den bauen und zack, kopiert und dann kann ich den bauen. So wie in anderen Spielen. Aber ne, ich muss erst mal hier aussuchen. So, wir hatten die... Warte mal, ne, 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 ne. Ich muss die nochmal wegnehmen. Weil da sind die Blöcke nach innen. Das will ich nicht. Ich will die Blöcke nach Ausnahmen. Äh. Nicht so. Und zwar so hätte ich es ja gerne. Ah, ich... Ich klatsche mal den ein hier ran und kann ich den hier bauen. Man weiß ja nie, was ich noch in drinnen dann vor den Scheiben noch bauen will. Also hier werde ich mir das so ein bisschen offen halten. Oh, Junge. Das war klar. Ich müsste die gleich mal zusammenschweißen. Ähm... Ich finde den Träger. Äh... Träger, Träger, Träger. Äh... Ich setze hier mal überall hier schon die Träger rein. Das war's. Da war's. Nein, das war's. Ja. Ich überlege, ob ich nachher nochmal in Planet Crafter mit euch reingehe. Da ist jetzt ein Update gekommen, da gibt es jetzt wohl Fische und Drohnen. Und ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wie mein Spielstand überhaupt ist. Da müsste man eigentlich fast überlegen, ob man ja nicht so komplett neu beginnt. Und ich weiß nicht, wie mein Spielstand überhaupt ist. Und ich weiß nicht, wie mein Spielstand überhaupt ist. Der spawnt hier im Moment echt viele NPCs. Der ist nur am Hakeln, am Laden. Der läuft auch gerade ziemlich langsam. Und ich weiß nicht, wie mein Spielstand überhaupt ist. Ich weiß nicht, wie mein Spielstand überhaupt ist. Dann nehmen wir uns die wieder. Machen wir uns mal Materialien dafür. Immer noch draußen. Äh, ja. Dieses blöde Loch da. Kann ja beim Neustart nicht hier einfach mal das Loch zumachen. Muss ich mir irgendwas einfallen lassen? Muss ich sowieso. Wenn ich das luftdicht haben will. Habe ich das jetzt ein... Ein habe ich drin. Nehme ich immer mal raus. So. Ja, ja. Immer die blöde Energie. Wo treibt ihr euch denn eigentlich da oben so rum? Findet ihr mal ein paar GPS-Kandidaten? Oder kann man so reingucken? Sehe ich das so? Ne, sieht man nicht. Schade. Schade, sieht man nicht. Ah, Erde. Stimmt, hast du ja gesagt. Ich könnte ja mal meine nehmen. Wasserstofftanks ranklatschen, hochfliegen. Ne zur Erde kommen. Aber ich glaube dann bin ich lange unterwegs, wa? Das müsste der da hinten sein. Äh. Ach ne, der Markus. Juntach. Hallo. Der kommt ja mal gucken. Ja, das mit dem Landes lernen wir noch, ne? Äh. Wie konnte man das denn nochmal speichern? Der hängt ja nur kurz hin. Ähm. Ja, ich hab's gesehen. Wie kann man das denn nochmal kopieren? Kontroll B. Äh. Äh. Ah, hier. Einmal die Bösser. So, wo ist er denn? Sieh. Wo ist denn der? Und da fliegt er wieder weg. Ne, der fliegt da rum. Ich seh nur deine... Okay, den seh ich nicht. Und da fliegt er wieder weg. Tschüss. Äh. Ich hab den doch angemacht, oder? Ups. 1. 1.600 km. Also... Deswegen seh ich sind wahrscheinlich nicht, oder? Weil es einfach zu weit ist. Gut. Ist ja jetzt der Marco auch wieder weg. Doch, hab ich gerade bei dir gesehen. Was? Ich seh den nicht. Warte mal. Äh, GPS. Wir machen. Aber muss ich hier alle eins machen? Ich halt die mal alle aus. Hier seh ich vielleicht mal ein bisschen mehr. Äh, so. Schau mal Richtung Basis. Ach, da! Sozusagen, du bist direkt unter mir, kann man sagen. Hahaha. Gut. Wie sieht's hier aus? Nicht krass, ne? Ich bin mal gespannt, wann ich hier mit mal fertig bin. Äh. 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 1.954 Kilometer und 200 Meter. Hahaha. Ich bin da mal gleich da. Hahaha. So. Da hinten qualmt es. Ach ne, sah nur so aus. Gut. Wir wollen aber jetzt mal weitermachen, ne? Das heißt, ich möchte... Als erstes... Wo haben wir denn die? Da. Die sind doch luftig, oder? Ah ja, Schreiplatten. So. Ouch. Ah, Scheiß. Ich kann ja gar nicht bauen. Äh. Und das heißt... Muss man doch was sagen. Was machen? Oh, muss ich doch ein Konverter hin? Äh. Warte mal, wenn ich hier was ran baue, dann... Hält das? Was? Glaub ich, ich muss gleich mal ein bisschen tricksen. Ähm. Du, 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 du. Oh ja. Lass mal wieder leer machen. Das ist ja hinten macht mir hier schon wieder Sorgen. Hm. Und zwar... Und zwar... Da... 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 Ach. So. Achso, warte mal. Ne, das können wir ja gleich... Das machen wir gleich nochmal was anderes sehen. Und zwar... Ja, eigentlich will ich hier hinhaben. Geht es, wenn ich sage, ich mach... Kann ich halb äußern? Nein. Müsste ja eigentlich gehen, ne. Ja, ähm... Wenn ich es so mache... So... Und so... Wenn ich es jetzt wegnehme, hält es? Ich habe Angst, es da jetzt wegzunehmen, weil da würde ich mich am liebsten konverieren machen. Ich habe echt Angst, es jetzt da wegzunehmen. Dann fange ich an wieder, das alles aufzuräumen und wieder aufzubauen. Weil ich will mich da, äh... Noch ein Geschütz aufbauen. Ich glaube, ich riskiere es. Ich habe jetzt da, da, da dran... Aber die Bohrer speichern ja sowieso gerade. Mach noch eins ins Loch. Ah... Ah... Das... So... Puh... Ich habe Angst. Und? Och, der hält. Zum Glück. Äh... Dann setzen wir hier nämlich ein Convea rein. Ach. Walsch. Weil dann kann ich hier nämlich noch ein Geschütz hinmachen. Hä? Ach so. Inventar ist voll. Ähm... Ist das T? Ist die Förderleitung, ne? Nee, ist... Der hier. Aber farblich mache ich das auch gleich anders, ne? Oh, nee, das ist Schlafmusik. Mag ich nicht. Was haben wir denn hier? Äh... Was haben wir denn hier? Ach komm, machen wir hier. Deals. Was? Ja, ja. Die, äh... Liebe Energie. Die... So, dann haben wir nämlich das. Äh... Ach, da unten liegt er. Da unten liegt er. Nicht schrotten. Meins. Kann ich eigentlich wieder ein Stückchen runter machen, ne? So. Gib ihn. Und... Und... Stopp. Ja, die laufen vernünftig. Okay. Hast gerade so komisch angehört. So. Dann... Dann kann das da wieder weg. Autsch. So, was haben wir denn jetzt hier für Waffen? Hm. Ich kenn mich mit den Waffen hier überhaupt nicht aus. Ah... Waffenblöcke. Tausendachthundert Meter. Sechstausend. Alter. Sechstausend ist schon heftig. Was war? Öh... Energie. Ich setz mich mal rein. Dann kann ich in Ruhe gucken. So. Ups. Jetzt... Jetzt kann ich ja gar nicht reingucken, ne? Äh... So. Der wär schon echt der Hammer. Sechstausend Meter ist schon der Hammer. Da kommen die mir bloß nicht zu nah. Dann werden die gleich bombardiert. Aber ich glaub die Munition, die kann ich nicht machen. Da brauch ich bestimmt irgendein... Äh... Uran oder sowas, ne? Tiegige Erd. Windrail. Ich stell mich mal... Ich muss mal gucken... Ich muss mal gucken... Luzon-Gear... Das sind die hier, wa? Oh! Äh... Uran, Uran... Large Railguns... Wann ist die Railgun? Ne... Twin Rail... Cannon. Äh... Was kriegen die denn für Munition? Das sind die hier? Oh. Sag mal so... Uran hätte ich ja. Ich baue die. Mir egal. Mir egal. Ich baue die. Äh... So, nur baue ich sie wie ab. Alter, was ist denn das für ein Ding? Das ist ja nicht für ein Riesenteil. Äh... Wie sollen wir die dann bauen? Ich häng da voll drinnen. Ich häng da... Wie soll ich denn die bauen, wenn... Oder kann ich die nur so auf den Boden bauen? Ne. Warte mal, ich schmeiß mal nochmal. Äh... Was haben wir denn jetzt hier noch? Nur die Flaschen. Äh... Ähm... Ähm... Na, komm. Kann ich ja gar nicht bauen hier, oder? Ich will die bauen. Ich baue die auch. Ist mir egal wie. Ich will die bauen. Ich will die mir jetzt genauer angucken. Dann boh' ich mir jetzt erstmal hier irgendwie ne... Ganz weit raus. So. Ich... Ich... Man kann die gar nicht bauen. Das ist ja blöd Ich kann auch gar nicht rauszoomen Oder sonst was, oder? Hm, schade Na gut Gucken wir uns nachher an Hm Ah gut 1800, 2000 Da fehlt die Beschreibung Hier wieder eine 6000 Das ist sowas wie ein Blueprint oder sowas, ne? Ähm Ja gut Die könnte 6000, auch 6000? Ach das ist die hier Ja gut, dann bauen wir die da oben drauf Wird ja passen, ne? Ja, ist da drunter Braucht zwar viele Materialien, das ist mir aber gescheide Real Alter Wo muss ich denn jetzt da hin und her fliegen? Äh Äh Oh Alter, Alter Alter Hab ich keine Herstellungskomponenten mehr, oder wat? So So Aua Was brauchst du jetzt für ne? Äh Produktion Welche braucht denn der? Mal den hab ich gebaut Mal den hab ich gebaut Wie erkenne ich denn? Wie erkenne ich denn das? Ups Sind doch bestimmt die hier, oder? Ist mal von jedem einer Ah, wo geht man da noch rum? Okay, der bleibt hier Magnesium Magnesium Der bleibt auch hier Was kriegt der denn? Oder sind es die hier? Ich weiß es nicht Ja Aber ich mach erstmal Wo hab ich denn den? Wie ist das Ding? Heavy? Äh, ne Äh Da Da Natürlich soll es hier Auf volle Karacho Kleine Schiffe anvisieren Große Schiffe Nein Station anvisieren Joa Neutrale anvisieren Nein Auf Feinde zielen Ja Auf Waffen Auf Waffen So Aber ich muss mir jetzt mal ein bisschen Magnesium holen Äh War jetzt hier noch eine Kuppe mit Magnesium hier? Ne Machen wir den mal an Wie sieht es hier aus? Ich lass ihn nochmal kurz ein bisschen runterfahren So Achso Ich hab jetzt hier gar kein Bohrer dran Haha Ähm Ja Aber ich werd mal ne kurze Pause machen Ich werd mich mal eben hier reinsetzen Und dann mach ich mal ne kurze Pause Und bis gleich So, da bin ich wieder Weiter geht's Im Geschehen Ähm So Ähm Und dann geh ich auch wieder weg ne Obwohl, warte mal Daraus könnte ich noch was machen Ähm Magnesium wollten wir ja holen, ne Aber dazu Werde ich mir erst Ich werd jetzt mal so hin pushen Ähm Dazu werde ich mir mal meine Flaschen hier auffüllen Ähm Müssen wir mal hier tauschen So So Und wieder zurück So Kriege ich das jetzt hier nicht rüber? Ach der ist voll Ähm Der ist auch voll Ach Ach deswegen Speichert der das hier Okay Machen wir den, können wir Mal Mal Äh Dass das hier noch breiter wird, das werde ich auch noch machen Aber das kommt Aber das kommt Ein bisschen später dann nochmal Ein bisschen später dann nochmal So, das müsste erstmal ausreichen Oh Brauche ich da eigentlich einen größeren Container Oh der ist ja fast Der ist schon rausgefahren, ne Der ist schon komplett rausgefahren Ja gut Ja gut So dann lassen wir den mal arbeiten Und wir gehen jetzt mal Ein bisschen Magnesium, nur ein bisschen Müssen wir mal da hin Oh ne Da sind mit Da sind mit so viele Feinde Machen wir was anders Ähm Die Range ist ja hier hochgestellt Ähm Ohr Detektor 300 Dann machen wir was anders Dann fliegen wir Irgendwohin Und suchen uns mal eben was Da Da in die Richtung war was In die Richtung war irgendwas Es hat da gerade kurz aufgeleuchtet Da war doch gerade kurz was zu sehen Was ist das da? Silber Ähm Ähm Mir egal wenn jetzt auch nur so ein Genubbel jetzt ist Was haben wir da? Eisen Da Ah schon wieder Silber Nickel Silizium Gold Apropos Gold Apropos Gold Siehste? Äh So Ah GPS Gold Kuppel Oh was haben wir da? Eisen Eisen Kobold Alles was ich nicht brauche Aber ist ja meistens immer so dass man immer Das nicht findet was man eigentlich äh am ehesten jetzt braucht Silizium Silizium Ja Eis hat man hier ganz viel Aber Eis benötige ich jetzt im Moment nicht Ich Nickel Nickel Eis Ähm Oh Eisen, Silizium Eis Silizium Eisen Eisen Also hier ist ja ganz viel Eisen und Silizium zu sein unter der Erde Ähm Äh Nickel, Silber Nickel Uh, hier kommen die ganzen Vorkommen ne? Nickel, Silizium Aber die sind ja alle unterirdisch Ö eles ohhhhhh Silizium Ich find kein Magnesium. Kobold. Was ist denn hier passiert? Nickel, Kobold. Magnesium. Da, da, da. Bremsen. Was? Gehe, Antmo, meine? Ach, der Markus, der ist auch hier auf dem Mars? Oh, war das der da? Ich glaub, da fliege ich mal hin. Ah, GPS. Magnesium. Kuppel. Ich flieg da mal hin. Ich flieg mal zu dem Markus. Dann schauen wir mal. So, auf dem Mars, oder? Was hab ich denn da an der Playlist drinnen? Hä? Ach, du Schein. Ich wette, der Markus ist bestimmt schon weitaus weiter wie ich. Er ist ja ein Vollprofi. Haha. Na ja. Lass uns schon mal ausbremsen hier. Okay, jetzt bleiben wir euch schon fast stehen. Ich glaub, wir auch mal gucken, ne? Ich glaube, wir auch mal ausbremsen hier. 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 Ok So, guten Tag Klein, aber fein Würde ich mal sagen, klein, aber fein Ach hier, sein Ist das nicht der Miner aus dem Let's Play? Ich glaube schon, oder? Sieht zumindest danach aus Ein Rover Uh Suche verweigern Wollen wir mal gucken Schade Aua Das hat einem nicht weh getan Seine Triebwerke sind an Sind die auch ran? Ne, die sind aus Na gut Guck mal, der liegt da am Bettchen Und ist am Schlafen Am Schlafen ist der Mann Am Schlafen Wann mal, wann mal, wann mal Am Schlafen So Dann haben wir uns das hier auch mal angeguckt Und dann können wir eigentlich schon wieder zurück Uh Ähm Wir fliegen jetzt da mal zur Kuppel wieder zurück Holen wir uns da ein bisschen Äh, unser Magnesium Und dann, ja Aber dann haben wir den Magnes auch mal besucht Klein aber fein bei ihnen Na, ist doch schön Aber ich will nicht wissen, wie es da drunter aussieht Weil es war da so Ich kann mir gut vorstellen, dass er sich da in die Erde gebohrt hat Und alles unter der Erde ist Weil muss ja Weil es war keine Raffinerie oder sonst was zu sehen Also geh ich mal davon aus, dass das alles unter der Erde ist 一 decir, dass das nicht eben ist Alles unter der Erde ist Oder das nicht Vielen Dank.